Heute möchte ich euch eins unserer ganz besonderen Highlights der Martha Whitlove-Kollektion vorstellen. Unser Park Avenue Kleid. Wir haben uns in diesen Stoff verliebt. Das ist ein französischer Chakar-Stoff mit einer gewissen Haptik dabei. Wir mussten das passende Kleid darum designen. Und hier ist es, unser Park Avenue Kleid. Auf den ersten Blick ist es ja ein Rock und eine Bluse. Und der Trick dabei ist, nein, es ist ein Kleid. Und ich liebe es, weil ich mir niemals Sorgen machen muss, ob jetzt gerade die Bluse irgendwie verrutscht ist oder der Rock irgendwo hängt. Einfach drübergezogen, angezogen. Es ist perfekt. Ich habe das jetzt so gestylt, wie wenn ich mit meinen Lieblingsmädels zum Lunch gehe. Flache, goldene Sandalen dazu, das Täschchen dabei. Ist perfekt für die Girls zum Lunch. Aber natürlich ist das auch ein Kleid, das im Büro wunderbar funktioniert. Stellt euch das Ganze vielleicht ein bisschen seriöser vor vom Styling. Also ein paar Heels dazu, vielleicht eben einfach auch noch ein bisschen Goldschmuck dabei. Nicht zu viel, weil wir sind ja im Office. Ich habe euch noch ein weiteres, ganz wunderbares Anlasskleid mitgebracht aus unserer aktuellen Martha With Love Kollektion. Und das ist unser wunderbares Amalfi Yellow. Ihr seht, dieses Yellow, das Gelb, ist auf dem gleichen wunderbaren französischen Chakar-Stoff gemacht, wie hier mein Park Avenue Kleid. Wir waren einfach so verliebt in diesen Stoff, wir mussten gleich noch ein zweites Kleid draus machen. Vom Schnitt her ist das hier letztendlich wie ein Dürndelkleid, ein Hemdblusenkleid. Das ist oben ein bisschen enger geschnitten und hat hier unten dann aber diesen ausgestellten Rock. Und das ist einfach perfekt, wirklich Mädels, für jede Figur. Wenn ihr so ein paar Pfunde am Bauch habt, die ihr verstecken wollt, in dem Kleid sieht man gar nichts. Allerdings ist das das Kleid mit den Cap-Sleeves, das heißt, man sieht durchaus die Oberarme. Also Mädels, aufgepasst, jeden Morgen zehn Liegestützen, dieses Kleid ist es absolut wert. Weil wenn wir dann mal alle wieder vor die Tür dürfen, auf die Hochzeiten, Kommunionen, Konfirmationen in dieser Welt, oder aber auch, ganz traumhaft, zum First Date, ist das das perfekte Kleid. Der Typ wird euch nie wieder loslassen. Vor allen Dingen, wenn ihr es so stylt, wie wir es hier jetzt gerade gestylt haben, mit der schwarzen Tasche hier dazu und den farblich abgesetzten High Heels. Ihr seht top aus, da kann nichts schief gehen. Einfach noch ein bisschen Goldschmuck obendrauf packen, vielleicht auch so ein bisschen Bling-Bling, wie ich hier mit meinem Froschkönigohrringen. Genießt es, das Leben ist so schön. Genießt es, das Leben ist so schön.